Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Mischwetter bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Neben einigen sonnigen Abschnitten gibt es einige Regenschauer und in den Bergen schneit es dann auch wieder leicht. Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über Island fließt mit kräftiger westlicher Strömung milde Atlantikluft nach Deutschland. Eingelagerte Störungen gestalten das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. Heute Nacht zeigt sich der Himmel über Deutschland und Österreich wolkig und es kann zu einzelnen Regenschauern kommen, die oberhalb 1200 Metern in Schnee übergehen. Nur an der Alpen-Südseite und in der Schweiz bleibt der Himmel klar. Die Nachttemperaturen sinken in Deutschland von 8 auf 4 Grad, in der Schweiz liegen sie um 7 Grad und in Österreich fallen sie von 5 auf minus 2 Grad. Morgen Vormittag ist es in Deutschland noch bedeckt und regnerisch. Nur am Alpenrand scheint vielfach die Sonne. Am Nachmittag lockert es dann etwas auf, doch im Laufe des Tages kommt es auch zu Regen und Graupelschauern. Oberhalb 1000 Metern schneit es. Die Temperaturen liegen am Tage zwischen 5 und 10 Grad. In Österreich ist es vormittags recht sonnig. In den Niederungen muss gebietsweise mit Nebel bzw. Hochnebel gerechnet werden. Im Tagesverlauf zieht sich dann der Himmel zu und es fängt an zu regnen. Oberhalb 1200 Metern schneit es. Die Temperaturen steigen von 5 auf 11 Grad. Die Schweizer haben auch kein besseres Wetter. Nördlich der Alpen ist es auch hier stark bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Bei Tagestemperaturen um 7 Grad ist es nur an der Alpen-Südseite zeitweise sonnig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017